So, yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und, 2, 1, 0. So, Alter, jetzt gleich mein Nuketowns Sprengkommando. Los geht's, Leute. Hundeschwarm am Start. Erster. Ah, fuck, Alter. Ich bin so dumm. Oh, mein Gott, Mann. Mal schauen, was mir hier so reißen. Oh, mein Gott. Alter, wer labert da von denen? Ey, block mich doch, ey, du Idiot. Fuck, Alter, jetzt. Alter, ich schalte den stumm und vergeg. Alter, der hat halt auch genervt. Sorry, Mann. Kass, geh aufgehoben. Ah, fuck, Alter. Hocken, 2, 3, nicht geblickt, Alter. Ah, 9, 3. Hm. Leute, ich nehme jetzt gerade circa seit einer Stunde auf. Oder ich probiere es. Aber mein scheiß Programm hat nicht geöffnet, dass ich hier aufnehmen kann. Den ganzen Spaß. Richtiger Abfuck gewesen, muss ich euch sagen. Fuck, Alter, was hat der Kugel-sicherer Weste? Oh, mein Gott. Bisschen defensiver muss ich spielen. Alter, weißt du, das ist wieder so richtig typisch, dass da einfach meine Elsat mit Zielsuche flackt. Und dann der von hinten kommt, Alter. Oh, gut, es hat einer platziert, bitte. Bitte lasst sie hochgehen. Bitte habe ich keine Dummen im Team. Alter, komm. Oh, mein Gott. Ich hasse solche dummen Leute, die dann wirklich die Bombe entschärfen. Oder halt, ja. Unglaublich, Mann. Nicht mehr feierlich. Wie dumm die Leute sind. Komm schon. Irgendwas mache ich falsch gerade schon wieder, ey. Bin so scheiße wieder. Oh, mein Gott. Teammate tot. Oh, bigos. Auf die Beine. Oh, shit, Alter. Auf die Beine. Fuck, Mann, Leute. Nein. Ich bin so dumm, Alter. Warum rush ich auch davor, Alter. Oh. Okay. Oh. 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 Hey, das ist eh der größte Bastard da oben drin. Mit seiner scheiß Elsat gammelt er da dran. Aim-Fail des Todes, alter. Wie als hätte ich schon 100 Jahre nicht mehr gezockt. Ja gut, sie platzieren. Weischt, dann wenn ich Taktikwäsche brauche, dann habe ich sie wieder nicht dabei. Unglaublich. Weischt, Alter. Oh mein Gott. Was? Ich stirb halt nicht wieder. In einem gewissen Punkt ist ja Drohne echt wichtig, aber... Wo sind sie denn? Leute... Leute... Gottes Willen, Alter. Wieder kurz vor Orbi. Alter, da... Da rede ich schon gar nichts mehr. Meine Fresse. So behindert. So behindert. Oh mein Gott, Alter. Was war das denn? Holy shit, Alter. Ja, mein Freund, servus. LOL! Was hockt der denn da? Alter, 17 Tode. Viel zu viel wieder. Er hockt einfach mit seinem leichten M-Gitter dahinter. Was jetzt holt er mich, Alter? Er war doch hinter dem Mann drinnen her. So eine Scheiße, Alter. Alter... Richtig bitter. Ich erreiche die Hunde nicht. Nicht mein Orbi. Immer kurz vor gestorben, Alter. Aber der eine Feed date nicht mehr normal. Nicht mehr normal gewesen gerade. Aber es ist keine Abschusskette, Alter. Hoffentlich war das eine, ey. Das wäre so genial. Also, let's go, Leute. Vielleicht schaffen wir doch noch jetzt Hunde. Nicht mehr feierlich sowas. Oh, Gott. Oh, Gott. Wo sind sie denn? Oh, Gott. Oh, Gott. Nicht mehr feierlich, Alter! So was nervt übel. Wieder was für'n... ...gechillten... ...Quadfeed oder sogar ausballert. Und dann kommt sowas bei Gauss, ey. Komm schon. ...Vereimt. Wichtig hart. Los, los. Oh, oh. Alter. Gefahr eliminiert. was er kam mit da drin rum immer noch und alter nee warum hole ich den nicht von hinten leute es geht hier grund alter 73 25 leute hätte ich nur die hunde schwach wieder alter scheiße mann aber alter wenn das jetzt eine abschlusskette war habe nichts gesehen und dem spiel die medaille keine ahnung was da ab ging bitte leute der bitte abschlusskette aufschlusskette ultra abschluss nein alter drei quad feeds ein kehr die doch gebraucht leute dann wäre es fucking abschlusskette gewesen ok leute ich würde sagen das war es für das video haut rein wir sehen uns beim nächsten mal wieder und ciao